Es gibt Sachen, die ich mit ihr gemeinsam habe und aber auch Sachen, die ich also wirklich gar nicht mit ihr gemeinsam habe. Also Tiere generell mag ich total gerne. Ich habe auch welche, aber so jetzt so kleinen Sachen, so Insekten und Spinnen, das war, das ist eigentlich nicht so mein Ding. Also man gewöhnt sich auf jeden Fall dran und Mücken und Bienen und Westen kennen natürlich auch. Aber hier ist dann noch mal was ganz anderes und also ich bin auch neugierig, würde ich sagen. Also ich bin auch so mehr so Entdecker, dass ich also auch Sachen herausfinden möchte und ich liebe es barfuß zu laufen.